Musik Der Bukholzberger Gospelchor Together in Unity präsentierte am Sonnenabend traditionelle Gospel-Songs, Spirituals, moderne Gospel-Titel und afrikanische Gesänge. In der Auferstehungskirche wurden Chor und Solisten von einer kleinen Band begleitet. Den Sängern und ihrem Dirigenten Friedemann Jennecke gelang es vom ersten Stück an, ihre Freude an der Musik auf das Publikum im vollbesetzten Kirchenschiff zu übertragen. Besonders für seine Interpretation von afrikanischen Volksliedern erhielt der Chor viel Zwischenapplaus. Untertitelung des ZDF, 2020